Jasmin Wagner und Jochen Schropp, lädt zur neuen SAT, 1 Nachmittagsshow. Jasmin Wagner, 42, und Jochen Schropp, 44, mischen ab Ende Februar das SAT, 1 Nachmittagsprogramm auf. In ihrer neuen Sendung Volles Haus, ab Montag, 27. Februar, in SAT, 1, lädt das Duo die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie verschiedene Gäste täglich zwischen 16 und 19 Uhr in ihr Wohnzimmer ein und besprechen tagesaktuelle Ereignisse. Im VIP-Segment Bunte, live gehen Wagner und Schropp den neuesten Pro-Minus auf den Grund und in Doku-Soops begleiten sie Alltagsheld, innen in ihrem Leben. Jasmin und ich möchten Volles Haus zu einem verlässlichen Ort machen, an dem sich unsere Zuschauer, innen täglich vom Alltag erholen und mit Spaß in den Feierabend starten. So Schropp in einer Pressemitteilung. Es werde eine ganze Menge Unterhaltung geben, der 27. Februar kann kommen. Und auch Jasmin Wagner, die als Sängerin unter dem Namen Blümchen bekannt wurde, freut sich auf die neue Aufgabe, Ich bin zwar gerade erst Mama geworden, aber für den Einzug in unser Volles Haus, habe ich meine sieben Sachen schon lange parat. Jochen und ich machen Volles Haus, zu unserem zweiten Zuhause. Anführungszeichen.